Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Meisterschaftsspiel gegen 1860 München. Der Anschluss ist morgen am Samstag um 13 Uhr. Man glaubt es kaum, aber die Saison ist schon so weit fortgeschritten, dass es das letzte Heimspiel der Hinrunde für uns ist. Und ich bitte Sie darum, dass wir gleich mit den Fragen an unseren Cheftrainer Stefan Effenberg beginnen. Bitte schön. Matthias Reichstein, bitte. Herr Effenberg, für Sie als Wahlmünchner ist das morgen ein ganz besonderes Spiel gegen die Löwen. Für mich als was? Wahlmünchner. Sie sind ja nun München zu Hause seit einigen Jahren. Nein, nicht wirklich. Gibt es irgendwelche besonderen Duelle noch, die Sie als Spieler noch in Erinnerung haben gegen die Löwen? Sie haben ja gegen die Löwen in den Heißen und ich auch gespielt. Nein, auch nicht mehr. Dann war nachzulesen, dass Sie sich im Herbst 2014 mit Herrn Poschner öfter getroffen haben. Wie nah war Sie denn damals an einer Verpflichtung als Trainer bei den Löwen? Ja, das ist ja Vergangenheit. Ich bin froh, dass ich hier bin. Dann vielleicht noch eine Frage zu Maja Saglik. Maja hat ja bis jetzt immer gespielt unter Ihrer Führung bis auf Freiburg jetzt. Was für Gründer hat das? Hat Stöck einfach so super trainiert in der Woche davor? War Maja nicht so präsent oder was gab es da den Ausschlag für diesen Tausch? Man kann sich schon durchs Training ins Blickfeld spielen. Hat Kevin gemacht. Und somit hat jeder die Möglichkeit, Woche für Woche das zu tun. Und das war letzte Woche deswegen die Entscheidung, ja. Ja, Rainer Hoffmann-Bild, bitte. Jetzt gab es unter Ihrer Regie in den letzten Spielen sehr viel Rotation. Ist das jetzt vorbei oder sagen Sie so, ich habe meine Grundformation jetzt gefunden. Sie wollten alle Spieler mal schauen oder wird das jetzt weiter in dieser großen Rotation gehen? Ja, es wird immer weniger. Es wird weniger. Können Sie sagen, wie viele Spieler in der engeren Wahl sind, die für Sie immer für die Startformation infrage kommen? Bitte nochmal. Wie viele Spieler vielleicht, die Sie im Kopf haben? Elbe von den Elben, neunen? Elbe sind es ja in der Regel. Ja, ja, aber vielleicht neunen, wo ich immer an und für sich mit plane? Ja, wird immer mehr. Immer mehr. Ja, Falk Bleske, Westfalenpost. Wechseln wir mal einmal die Seite, bitte. Herr Effenberg, aus der Ferne war zu lesen so in dieser Woche, der Ton wird rauer in Paderborn, der Druck wird höher, dass das Heimspiel gewonnen werden muss gegen 1860. Empfinden Sie das auch so? Haben Sie in der Trainingsarbeit da ein bisschen die Zügel angezogen? Oder wie sehen Sie so die Lage momentan? Nein, das wurde nur so geschrieben. Wutanfall war auch irgendwie zu lesen. Das wird ja geschrieben. Ich bin Trainer, ich bin kein Journalist. Wenn Leute, die denn da sind, das so beurteilen, dann beurteilen Sie das so. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in den vergangenen Wochen? Hätten Sie sich das, ich sag mal, positiver gewünscht, vermutlich positiver vorgestellt, erhofft? Oder Tabellenplatz 15 ist ja jetzt, ich sag mal, in der Tabelle sind jetzt noch keine so großen Sprünge zu erkennen, wie man sie vielleicht erhofft oder erwartet hatte. Nächste Frage. Was soll ich da drauf antworten? Wir haben unsere acht Punkte geholt. So, dass es eng wird, habe ich von Anfang an gesagt. Und genau das ist die Situation. Hat sich ja nicht verändert oder geändert. Dass es eng ist, sehen Sie alle. So, und jetzt müssen wir liefern. Ist doch klar. Und dass man ein Spiel angeht und will es gewinnen, ist doch auch normal. Oder? Ja, klar. Ja, gut. Ja, bitte. Vielleicht noch ein Wort zum Gegner. Also, wie schätzen Sie den Gegner ein? Überrascht Sie die bisherige Auftritt? Gut. Wir haben eine gute Phase. Gibt es noch weitere Fragen? Dann können wir den sportlichen Teil. Ich darf Ihnen noch was in eigener Sache ganz kurz. Bitte. Meiner Mannschaft zu unterstellen, dass sie lustlos trainieren, so stand es geschrieben, ist in meinen Augen eine Frechheit. Weil wenn man lustlos trainiert, hat man nicht wirklich Lust darauf. Und im Endeffekt kommt man mit der Einstellung zum Training, ich habe keinen Bock. Das ist eine Unterstellung, wo ich Probleme mit habe. Es geht direkt gegen meine Mannschaft und indirekt gegen meine Person. Und ich wünsche mir auch, dass derjenige, der das geschrieben hat, das zur Kenntnis nimmt. Weil sowas schreibt man nicht. Und sowas schreibt man nicht, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Das war's. Können wir den sportlichen Teil an dieser Stelle beenden? Kommen wir zu den Dingen rund um das Spiel. Das Thema Sicherheit ist vielfach angesprochen worden. Aber bei uns zieht sich ja auch die Zuschauerzahl. Bitte, Martin. Danke, Matthias. Wir haben aktuell 8.937 Karten heute Morgen um 10 Uhr Verkauf gehabt. 710 davon in München. Wir erwarten insgesamt 10.000 Löwenfans hier im Stadion, sodass wir auch davon ausgehen, dass wir an die 10.000, vielleicht knapp über 10.000 Zuschauer am Samstag hier in der Bändler Arena begrüßen können. Es gibt ein Rahmenprogramm, unter anderem die Aktion vom DFB-Aktion. Danke an das Ehrenamt. Zusätzlich wird es eine Promotion vom Airport Paderborn-Lippstadt geben. Wir hatten ja sonst das Halbzeitpausenspiel, wie man am nächsten an den Mittelkreis schießt. Diesmal werden Papierflieger geworfen und man gewinnt dann, wenn man am weitesten geworfen hat oder der am weitesten geflogen ist. Zum Thema Sicherheit ist ja schon sehr viel gesagt worden und auch geschrieben worden. Wir hatten ja eine extra Presseerklärung am gestrigen Tag herausgegeben. Daran hat sich nichts geändert. Wir appellieren eben nochmal an alle Zuschauer, die Sicherheitsmaßnahmen und die Kontrollen über sich ergehen zu lassen. Ich glaube, jeder hat da Verständnis für. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass es ein sicheres Spiel auf den Tribünen wird und hoffentlich dann auch ein sehres Spiel auf dem Spielfeld. Ja, danke Martin. Nochmal ein letzter Blick in die Runde. Gibt es noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danken wir Ihnen herzlich fürs Kommen. Danke. Das ist unser Kommen. Danke. Das ist unser Kommen.